Herzlich willkommen zu unserem Minutenkonzert für Cello Solo. Die Darmstädter Cellistin Angela Elsässer spielt drei Stücke vom 17. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hinein. Wir haben immer Musik in der Galerie auch aufgeführt zu Ausstellungen, aber als separate Konzerte. Und dieses könnte vielleicht der Hinweis auf ein Konzert in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 werden. Musik ist höhere Offenbarung als alte Weisheit und Philosophie, sagt Beethoven, ein abgegriffener Satz. Aber es ist etwas daran, hören Sie herein, Sie sind in anderen Welten. Und nun viel Vergnügen, wo die Sprache endet, beginnt die Musik. Musik 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 żej Musik . 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 Musik 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 Musik